es ist ja gar kein freund ich noch eine Sekundärwaffe ein Beutedepot mal sehen was drin ist oh geil Lootboxen was ist denn das das Lichtsensor Minen bloß nicht berühren bloß nicht berühren er hat ja auch ganz schön rein davon werden zu viele Folgen folgen ja folgen folgen aber das Spiel ist ja mal richtig geil das erinnert mich irgendwie an Borderlands oder Halo oder sowas oder so eine Mission mit dem Fall mit dem Fall mit dem Fall doch haben geil das könnte mich richtig an ja die gefallenen sind hier präsenter als ich dachte nur noch ein kleines stück hoffen wir dass da draußen noch etwas übrig ist wollen er sagte vorhin vor dem haus meint dass du ja komm wir müssen rein draußen ist nicht sicher und was ist jetzt hier drin hier ist die hölle los das war ein altes kosmodrom hier muss etwas flugfähiges sein wir können jetzt nicht erheber rückte das ist das was ist das was teleportiert hierher was ist das was ist das gefallenen schiffe so nah an der oberfläche du musst uns da vorbeibringen kräftig durch die gefallene Wir machen Abflug hier. Das Spezialwaffe ist richtig geil. In den Arsch. Darauf steht er. Oh, 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 oh. Schönes Aiming. Na, wo ist er? Ja und das war alles jetzt oder wie? Oder kommt noch irgendwas? Ich hätte gedacht, es kommt eine richtige Masse. Das ist ein Schweber. Das Messer haut ganz schön rein. Level Up. Das will ich sehen. Ein einsamer Wolf für den perfekten Schuss lebt. Okay. 20 Angriff. Fokus. Ich check da noch nicht wirklich durch. Deine Fähigkeiten stammen von deinem Fokus. Wähle deinen verfügbaren Fokus und drücke Dreieck. für Upgrade dann wahrscheinlich. Machen wir das einfach mal da. Oh. Mit L1. Springe ein zweites Mal, nachdem du den Boden verlassen hast. Achso, wir haben nur eins. Stimmt ja. Ein Inventar. Ah, das sieht auch so geil aus. Das ist alles so schön gemacht, ey. Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Aber mich nervt das, dass ich den Sound nicht leiser stellen kann. Naja, ich schau dann einfach mal wie das wirkt. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Folgen auf. Wenn das halt meine Sprache ein bisschen leiser. Dafür Game Chat lauter. Ist ja auch wurscht. Upgrade freigeschaltet. Da ist dein Schiff. Du musst sie erledigen. Oh ja, was ist das für einer? Rahmen von irgendwas. Komm her. Wo bist du? Huhuhuu. 1032 Schaden im Headshot. Schönes Ding ey. Richtig schön. Du bekommst gar nichts. Ok mal sehen ob ich uns hier rausbringe Sehr schön, ich feiere das Spiel Das liegt hier schon länger Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweidet Fliegt es noch? Das kriege ich hin Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit Und jetzt der Teleporter Das war einer Sicherlich rein Von dir kannst du dich später kümmern Jetzt geht es nach Hause Ja man 15 Headshots Ok Fortsetzen Mach mal Missionsüberblick Ok, 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 egal Achso ich muss gedrückt halten Das habe ich nicht gewusst So Und zwar ist die ganze Beta jetzt bis zum 27.07. online Und wir haben heute den 18 Ja, da haben wir noch schöne 9 Tage zu zocken Ich versuche Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden, dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das schon online ist. Also ob das irgendwie so online verknüpft ist oder ob das jetzt rein nur Solo-Gameplay ist. Weil ich konnte am Anfang auch nichts auswählen, was Singleplayer oder Multiplayer war. Bin ich mal gespannt jetzt. Wenn nicht, dann schaue ich nach dem Part einfach nochmal, ob ich jetzt irgendwas im Menü auswählen kann. Hm. Ah, jetzt geht's weiter. C30G ist in der Stadt verschwunden. Und wir sind bereits unterbesetzt. Kann die Routen nicht anpassen. Ach je. Ja, tatsächlich. Das ist online. Cool. Ach, das wird ja ein... Äh, für Dings sein. Für die Stadt. Zum Ort will ich nicht. Kann ich jetzt was umstellen? Immer noch nicht. Dann bescheißen. Tess Ewerius, Spezialaufträger. Ich sehe nach, ob es Pakete gibt. Solution? Das ist bestimmt übrigens ein Faker. Ah, okay. Zähl mir mehr. Ich sehe gleich nach. Nachrichten. Ja, ja, willkommen. Alles erledigt. Alles erledigt. Alles erledigt. Okay, danke schön. Willkommen, Hüte. Willkommen, Hüte. Hä? Ach, das soll ich mir dann jetzt... Ich kaufe mir doch da jetzt nichts, oder? Reise mit leichtem Gepäck. Ah, okay. Sag den Arachen, wir haben keine Favoriten. Soll ich denn jetzt bei dem was... Was kaufen? Weil es erst ab Level 6 ist. Ich Idiot. Equipment. Mein Geist. Dann ein Schiff. Pass gut auf dich auf. Jetzt bin ich verwirrt. Der hat doch irgendwas für mich. Hier kommen Hüte, bla bla bla. Sicher. Ah. Ja, man müsste irgendwie mal... Ein bisschen mehr nachdenken. Der Turmwaffenmeister kann ich mit besseren Waffen ausrüsten. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Vielen Dank.